Okay, ich werde fliegen. Dann los. Hier! Du musst als Zwingeln rauszukommen. Werdest du? Du bist ein Genie. Was? Ich weiß. Was hab ich gesagt? Warte, warte, warte! Warte, warte, warte! Wusstest du, was mit meinem Bruder passiert? Als du ihm dieses Welt-Vernichtungs-Ding angedreht hast? Man nennt es Scarabeus. Ich hatte keine Ahnung, dass es sich aktiviert. Es muss dich auswählen. Und wie kriegen wir es dazu, mich wieder abzuwählen? Mit Werd verbunden. Wer hat das gesagt? System-Check-in. Drei, zwei... Es ist alles okay! Stopp! 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 Überreaktion des Werdes. Überreaktion! Au! Du hast mich enthört! Bedrohung nähert sich. Leite Schutzmaßnahme ein. Bedrohung abgewehrt. Entschuldigung! Das wird die Regierung tun, wenn sie rausfindet, dass ein mexikanischer junge Militärtechniker... Wir werden die Welt mit der Macht des Scarabeus verändern. Er gehört mir. Vorsicht! Oh, ist er sauer. Hör mir zu! Du hast den Fall schnabelt! Ich bin ein jemand! Ich schwör's! Die Welt muss beschützt werden. Mir steht ein Waffenarsenal zur Verfügung. Irgendwas, bitte! Sieh zu und lerne, Heime. Was immer du dir vorstellst, ich kann es erschaffen. Ja, schon besser! Die Liebe zu deiner Familie macht dich schwach. Du irrst dich. Meine Familie, sie macht mich stark. Oh, ich hatte vergessen, wie ätzend das aussieht. Zählt auf die Familie. Entschuldige die Verspätung. Heime? Du bist ein Superheld, Cabron! Wow! Du bist der Blue Beetle. Jetzt könnte ich dieses Waffenarsenal gut gebrauchen! Dachtest schon, du fragst nie. Haha, gracia! Nana? Ich empfehle, aus dem Weg zu gehen.